herzlich willkommen meine freunde zurück zu minecraft minigames und zwar wo habe ich euren freunde gesagt ich hoffe schon ich bin heute spiel ich habe mir wieder vorgenommen wir machen mal wieder eine staffel von verschiedenen minigames von allen servern die es gibt oder die zumindest bekannt sind ja ihr könnt gerne server vorschlagen in den kommentaren und wir spielen heute spiel auf dem mc-hive.eu und wir müssen versuchen die leute runter zu kriegen nein 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 no 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 chance for you oh da ist einer unten so kriegen wir den da hinten oh da ist ein powerup ich hab's ich hab's ich hab ein sattel was macht der sattel pyro pic ok warte vielleicht sieht mich dann hier keiner ok 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 oh 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 scheiße jetzt sind wir unten ich nehme mal hier so ein pyro pic ach da ist ein pyro pic oh mein gott ich werde auch immer nur eine runde hiervon spielen das heißt die runde könnte ganz ganz schnell vorbei sein ich habe so mit drei minuten vielleicht für diesen part hier eingerechnet aber da bin ich mir da ist man sich halt nicht sicher ne weil das kann auch länger dauern oh mein gott oh mein gott oh doll oh gott leute ich kann mich hier nicht hundertprozentig konzentrieren weil vielleicht krieg ich den ja von hinten irgendwie ne hab ich nicht bekommen oh 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 mein gott sind wir sind sind wir nur noch zu zweit boah ist das anstrengend das spiel hier er hat da hinten auf jeden fall die bessere position deswegen gehe ich jetzt mal hier hinten mit ok ach da ist noch einer lol doch komm schmeißen wir einfach mal nach da hinten wiii wiii ok ach mein gott ich treffe die nicht ich treffe die nicht ey ja ok nur noch drei spieler wo ist er in der dritte ist er oben ist er oben ist er oben das wäre belastend wenn er oben ist boah ich muss ein bisschen aufpassen wuhuhuhu oh mein gott ey ja zwei oh gott da oben wuhuhu 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 oh gott der war doch nur da oben leute schade 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 aber war ein cooles spiel ey ich mag das spiel Leute ja dann sehen wir uns morgen wieder die minigames werden jeden tag kommen und ja ich freue mich dann auf morgen mit euch bis dann euer kamito haut rein und schaut euch mal diesen splicktypen an der sieht cool aus ne haha ja tschüss m das